Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen von Seiten der Stadt Eberswalde. Die Stadt Eberswalde hat gemeinsam mit der Amadeo Antonio Stiftung den Amadeo Antonio Preis 2021 ausgenobt. Dazu gehört der Jurypreis und der Publikumspreis. Der Publikumspreis wurde durch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Eberswalde in der Bibliothek unserer Stadt abgestimmt und ist an das Theater Lockstoff aus Stuttgart gegangen. Ganz herzliche Glückwünsche, dieser Preis ist mit 2000 Euro dotiert. Am 1. Juli 2003, also genau 59 Jahre, nachdem ich mit meiner Familie am 1. Juli 1944 früher Morgen die Rampe betreten hatte, traf ich in Auschwitz ein. Ich wollte mich allein all dem noch einmal aussetzen, woran ich mich erinnerte. Noch mal herzlichen Glückwunsch von der Stadt Eberswalde, auch im Namen aller anderen Beteiligten und wir freuen uns sehr, dass Sie diesen Beitrag eingesendet haben. Vielen Dank und alles Gute!